So, wir setzen an, wo wir die andere vorhergehende Videofolge verlassen haben, greifen aber nochmal auf, was ich dort gesagt habe. Ich habe gesagt, dass eine Repräsentation von Nodes über die ToString-Methode haben wir nämlich diese Repräsentation, also diese Zeichenkette generieren wir als Repräsentation eines Nodes. Und da habe ich gesagt, dass diese Verschachtlung, die sich hier darstellt, nichts anderes ist als die grafische Darstellung. Nur eine andere Aufbereitungsform. Hier haben wir den Wurzelknoten plus, der hat zwei Beinchen, linken und das rechte Beinchen. Links einen Terminalknoten, der nur die 7 ist, auf der rechten Seite einen einwertigen Operator, darum Negation, hier hätte ich eigentlich besser vielleicht Neck reinschreiben sollen. Und dann verweist das auf die 4 als Terminalknoten. Und wenn man das vergleicht, also hier ist das Plus, das ist unser Ausgangsknoten, Wurzelknoten mit dem Plus, linke Seite, rechte Seite, das wird oben eben alles über Verschachtlung gelöst. Das geht bei Bäumen so. Die zwei Repräsentationsformen sind also gegeneinander überführbar. Man kann das eine wie das andere nehmen. Hätten wir eine andere Darstellungsform statt to String in Java, könnten wir auch Bilder stattdessen erzeugen. Das kann man über einen Umweg machen, werden wir auch gleich noch sehen. Das ist also Repräsentation, textuell oder grafisch. Und wenn wir uns anschauen, wie das implementiert worden ist, dann ist die Klasse Nodes eigentlich nur bestehend aus zwei Objektvariablen. Nämlich einer Value-Variable vom Typ String und einer Chiles-Variable vom Typ Array Inode. Das ist alles. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wenn wir diese Repräsentation haben. Dann steht dahinter ja ein Objekt, was auf die anderen Objekte verweist, was man grafisch auch so darstellen könnte. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie das Objektdiagramm dazu aussieht. Also das, was ich immer an der Tafel male, diese Kringel und die Referenzen als Pfeile, das ist ja davon abhängig, welche Instanzvariablen oder Objektvariablen ein Objekt hat, wie dieses ganze Gefüge, diese Struktur dahinter aussieht. Das könnten wir, wenn wir wollten, von Hand zeichnen. Aber Ihr Kommilitone und Tutor Ramon hat ein tolles Tool geschrieben, was das automatisch macht. Ich bin also damit überflüssig geworden, an der Tafel solche Bilder zu zeigen. Und noch viel besser, dieses Tool macht es auf alle Fälle richtig. Ich kann jetzt an der Tafel vielleicht einen Fehler machen, was vergessen oder übersehen. Aber sein Tool, das ist hier dieser Objektinspektor, das macht das automatisch. Das befragt das Objekt nach seinen Eigenschaften und kann daraus mithilfe einer Grafiksprache, um solche Graphen zu schreiben, Graphis ist das nämlich, und die Sprache heißt Dot dazu, generiert es diese Datei. Man muss dafür was installieren, auch lokal auf dem Rechner, das habe ich schon gemacht. Aber wenn man das getan hat, dann kann man damit wunderbar arbeiten. Und sich diese Diagramme erstellen lassen. Wir gucken uns das mal an diesem Beispiel an. Sie kennen das schon. Das habe ich hier nochmal vorbereitet. N ist jetzt übrigens auch vom Typ iNode. N gibt genau die eben gesehene Repräsentation zurück. Und jetzt wollen wir mal das Tool von Ramon darauf ansetzen. Das ist übrigens der Code dazu, den verlinke ich Ihnen in der Beschreibung zu diesem Video. Das ist ein GIST. Und hier unten hat er auch noch, beziehungsweise hier auch eine Beschreibung, wie man das Ganze benutzt. Und wir müssen einfach einen Node-Generator, die Klasse, von der eine statische Methode aufrufen, nämlich inspect. Dann übergeben wir unser Objekt können oder müssen ihm auch noch einen Namen geben, damit das im Diagramm eindeutig ausgewiesen ist. Und das reicht schon, dass hier sind noch ein Zwei-Flags für besondere Fälle. Also das heißt, wir müssten jetzt tippen einfach Node-Generator. Ach, ich muss mal das noch laden, das Objekt, die Datei, Objekt-Inspektor. So, dann den Node-Generator, inspect. So, jetzt haben wir unser N und nennen das mal einfach root. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Sie sehen hier verschiedene Anschlussmethoden. Wir wollen toGraph nehmen, weil wir das Ganze ja visualisieren wollen. Jetzt hat sich hier was in meinem Verzeichnis getan. Und da ist die erzeugte Grafikdatei als PNG. Schauen wir uns das mal eben an. Und mal ganz kurz zur Erinnerung, wir sehen im Grunde das hier, aber in der hinterlegten realen Objektstruktur, also das Objektdiagramm, was mit diesen zwei Variablen strukturiert und aufgesetzt ist. Hier haben wir unseren Root, also unseren Ursprungsknoten. Der hat ein Plus, wir erinnern uns. Und der hat Kinder. Die Kinder sind ein Array vom Typ Node, wenn sie jetzt aufmerksam waren und sich noch an den Code erinnern. Gucken Sie mal hier. Der Code sagt aber, Chiles ist von iNode und nicht von Node. Das Interessante ist, der Code wird aber, wenn Sie so wollen, ausgetauscht durch die Implementierung eines iNodes. Und das ist dann wieder eine klasse Node. Auch interessante Beobachtung. Opsa. Also, die Chiles verweisen auf ein Objekt, das eine Array, ein Array aus Nodes ist. Das hat eine Länge, nämlich die Länge 2, das haben wir auch so angegeben. Hat ein Beinchen 0 und ein Beinchen 1. Wie Arrays so sind. Sie wissen, die sind durchnummeriert angefangen mit 0 bis zur Anzahl minus 1 der Elemente, die wir haben. Also, 0 ist wieder ein Knoten, das hat den Wert 7, hat Chiles, aber eine Länge 0. Darum gibt es hier keine weiteren Beinchen. Da ist nämlich auch nichts. Auf der anderen Seite, das andere Beinchen hat den Node Neck, was auch wieder Chiles hat. Und zwar der Länge 1. Das heißt, hier folgt noch am Beinchen 0, also an dem Index 0, folgt wieder ein Node mit dem Wert 4. Und weil der auch Terminal ist, kommt da nichts mehr. Das sieht doch erstmal beeindruckend aus, dass wir so ein Objektgrafen, muss man eigentlich genauerweise sagen, dass wir so ein Objektgrafen oder Objektdiagramm hier automatisch generiert haben. Und Ihnen fällt vielleicht auf, und dafür ist so etwas auch eine feine Sache, Ihnen fällt vielleicht auf, dass das doch ein bisschen merkwürdig ist. An den Stellen, wo der Knoten Terminal ist, wie hier an der Stelle, da sind die Chiles immer noch ein Array, was dann eben die Länge 0 hat. Wäre es da nicht schön, wir würden gleich sagen, naja, dann ist das eben Null. Da hängt da gar nichts mehr dran. Wenn wir in unseren Code gucken, dann ist das so, wo sind wir hier? Dann ist das so, dass wenn wir einen Knoten setzen, na, ich bin hier gerade ein bisschen desorientiert. Hier, ich bin in 12. Wenn wir hier einen Knoten setzen, also aufsetzen, dann rufen wir den Konstruktor auf mit dem Wert und der Anzahl der Links, wenn wir eine Anzahl geben, oder wir machen den anderen Konstruktor, dann ist es defaultmäßig 0. Da haben wir hier noch einen Assert, dann setzen wir den Wert, und hier ist die Zeile Code, die sagt, naja, wir machen selbst, wenn wir nichts haben, machen wir ein leeres Array. Das können wir natürlich auch anders entscheiden. Wir könnten hier zum Beispiel eine Abfrage reinsetzen. Wir könnten ternären Operator machen. Wir könnten zum Beispiel sagen, was nehmen wir, number of links. Also wir nehmen die Variable, befragen die, bist du größer gleich 1? Wenn ja, dann mach dieses Array mit dieser Anzahl der Beinchen. Ansonsten bleibst du einfach null. Damit haben wir jetzt den Code etwas geändert, dass wir gesagt haben, in dem Fall, wo nichts ist, bleiben wir auf null. Es wäre übrigens auch möglich gewesen, weil ja Chiles hier oben bei der Deklaration sowieso null sein wird, dass sie eine In-If-Anweisung genommen hätten und nur diesen Fall abgedeckt, haben wir die Anzahl der Links größer gleich 1. Dieser Code hat noch einen gewissen Charme. Sie sehen, wir haben hier ein Assert. Der hat insofern einen Charme, weil er jetzt auch ohne dieses Assert immer laufen wird und damit sich relativ konservativ verhält. Das heißt, für negative Integer würde einfach ein Null genommen werden, ein Null genommen werden. Und das ist ja durchaus eine sinnvolle Herangehensweise, dass man sagt, naja, wenn diese Eingaben nicht ganz sinnvoll sind, interpretiere ich sie konservativ so, dass der Code noch läuft, aber die Eingabe wäre ja nicht wirklich sinnvoll dafür, also machen wir hier ein Null. Gucken wir uns mal an, was das bedeutet, wenn wir das jetzt wieder laufen lassen. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, unseren Code nachzuladen. Jetzt haben wir leider das Problem, ich habe das nicht besser vorbereitet, dass wir nochmal diesen iNode aufsetzen müssen. Das kriegen wir hier aber relativ schnell geschafft. Dann haben wir hier noch die Zeile. Jetzt haben wir es, ne? Ja, damit müssten wir es haben. Gucken wir uns N wieder an. Irgendwas haben wir verbockt. Was haben wir verbockt? Was haben wir verbockt? Müssen wir gerade mal schauen, was los ist. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, was da jetzt passiert ist. Wir müssen uns aber der Sache eben mal kurz vergewissern, was da los ist. Okay. Gucken wir mal gerade, was hier los ist. Wenn wir einfach nur einen neuen Knoten machen. Plus und zwei. So, der wird richtig dargestellt. Das war also nicht unser Problem. Wir gucken uns jetzt das nochmal an in diesem Verlauf. Also das war alles in Ordnung. Dann haben wir den 7 gesetzt. Und da geht irgendetwas schief. Müssen wir uns mal kurz angucken. New Node 7. Da liegt offenbar das Problem. Okay. Gucken wir uns an, was wir jetzt mit diesem Code offenbar irgendetwas verändert haben. So, jetzt funktioniert hier die Sache eben nicht mehr für den Nuller. Da haben wir ein Null. Gucken wir mal gerade hier. Die Arität. Die müssen wir vielleicht auch uns nochmal anschauen. Weil von der Arität hängt hier da zum Beispiel die Überprüfung ab. Aber das ist halb so wild. So, gucken wir mal eben. Charles. Also wir haben gerade gesagt, wenn wir den Nuller übergeben, dann läuft hier was schief. Dann wird alles so gesetzt, wie es soll, vermutlich. Sorry, ich bin... Ja, niemand merkt. Ohne Corona ist einfach doch ein bisschen lustiger, ne? Okay, Charles, das ist Null, wie es soll. Und der Value, der ist 7, wie es soll. Also ist irgendwas mit der ToString-Methode nicht mehr in Ordnung. Gucken wir uns an, was wir da verzapft haben. Also wir holen den GetValue. Das ist alles gut. Und dann gehen wir die Charles durch. Naja, jetzt ist halt die Annahme, dass es immer Charles gibt, ne? Und da passiert irgendetwas, was nicht so ganz egal ist, ne? So, weil wir haben ja jetzt eventuell Null. Damit wird das hier irgendwie einen Abbruch geben, der nicht funktioniert. Also machen wir mal gerade irgendwas hier drumherum. Und zwar machen wir gerade if not oder, ja, machen wir gerade so, Charles und gleich Null. Das ist eigentlich immer schön, wenn mir solche Sachen passieren. Da kann man dann sozusagen das laute Nachdenken schön mitverfolgen, ne? Ja, gut, schauen wir uns hier wieder an, ob wir weiter zum Erfolg gekommen sind damit. So, wir haben unseren, hoppa, das funktionierte. Ich wollte aber den hier gerade haben. So, da haben wir ihn wieder. Also es ist ganz offensichtlich, man muss bei diesen Fällen dann aufpassen, was ist mit dem Nullfall? Habe ich den dann abgedeckt? Wir hätten auch hier so einen Ternären Operator wieder reinsetzen können. Lassen wir aber auch schön bleiben. Wir müssen es jetzt gerade nicht übertreiben. Denn wir haben was ganz anderes vor, wollen wir nicht vergessen. Wir wollen diesen Graphen jetzt mal sehen, wie er sich verändert. Wenn wir diese Codeänderung sehen, dass wir, wenn wir ein leeres, also kein Beinchen haben, wie sich der Graph dann da verändert. Also machen wir hier das nochmal neu. Das hatten wir eben. Dann mussten wir den auf der einen Seite setzen. Hier den Siebener. Dann auf der anderen Seite. Wo ist er? Das ist immer das Dolle oder das Mühsame, wenn man natürlich solche Videos im Nachgang schneidet. Da könnte man solche Stellen verkürzen, rausnehmen. Sie dürfen spulen oder sie sind so nett und schicken mir einfach zu. Marken, dann kann man auch springen. Da kann ich das gerne in die Videobeschreibung hinzufügen. So, und jetzt haben wir wieder unsere Darstellung, wie das gedacht war. Ja, wir erinnern uns, das war Node-Generate. Ah ja, auch wieder hier mal nachgucken. Node-Generator, ja. So, das war also Node-Generator. Offenbar habe ich irgendwie ein Gissent oder sowas gemacht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Node-Generator. Inspect, unser N. Das nehmen wir wieder Root. Und dann To Grounds. Jetzt ist wieder unser Dateisystem, ja. Welcher, ich kann die nicht unterscheiden. Wir haben eben 988, das ist der neue hier. So, und bei dem können wir jetzt richtig schön sehen. Jetzt habe ich leider den anderen, machen wir das, dass wir die auch mal nebeneinander sehen können oder im Wechsel sehen können. So, hier ist unsere bisherige Darstellung. Hier ist die andere Darstellung. Wir haben wieder unser Root, unser Node plus unser Array zweier. Da geht es der Node auf die 7. Ja, und der hat eben keine Kinder. Und dann geht das jetzt auf ein Null. Das ist eigentlich prima so. Dann haben wir hier die Einser, Neck. Und da haben wir unsere Chiles. Länge 1. Ein Knoten, der die 4 hat. Und der hat auch wieder diesen Nuller. Das ist eigentlich wunderbar so. Das gefällt mir gut. Das ist prima. Sie sehen den Vergleich. Das macht schon etwas aus. Wir hatten ja eben zu Anfang, zum Einstieg, dass wir dieses Bild haben. Das könnten wir im Grunde da uns reindenken. Wenn man das hier anders darstellen würde, würde man das bloß hier reindenken. Sie sehen, so kommen eigentlich solche Repräsentationen zustande und seien es grafische. Wenn wir das plus, also jedes Mal den Value uns hier reingeschrieben denken, hier auch die 7 und so weiter, dann sind wir schon wieder ein Stückchen näher da dran. Die Pfeile kriegen wir ja schon geschenkt. Und wenn man die Chiles hier, diesen Umweg, wenn man so möchte, über das Array einfach verkürzen würde, verdichten würde und den Längen-Pfeil hier wegließe und sofort hier nur die 0 und die 1 sehen würde, dann wäre man praktisch sofort bei dieser Darstellung. Also interessanterweise haben wir hier so einen netten Fall, wie sich dieses generierte. Würde man es verdichten und ein bisschen anders arrangieren, dann würde sich diese Darstellung aus der Repräsentation da zeigen. Was ich Ihnen jetzt noch kurz mit Ihnen machen möchte, ist noch eine Kleinigkeit. Wie könnten wir da rangehen? Also ich möchte noch mal, nehmen wir das mal gerade so. Wir haben jetzt hier unseren Knoten N. Und jetzt machen wir noch eine andere Operation. Wir machen jetzt mal was Neues auf. Wir legen einen neuen iNode an. Den nennen wir mal gerade Mull für Multiplikation. Gleich. New Node. Dann nehmen wir die das mal. Und der hat ja auch zwei Seiten. Was ist gerade los? Wo bin ich falsch aufgestellt? Das ist der schöne Moment. Jetzt wäre ich gerne mit Ihnen im Hörsaal. Dann bräuchte ich Sie. Ach, ich habe gerade eine nette Befürchtung. Hat vielleicht. Lassen Sie mal ganz kurz gucken. Das ist ja interessant. Gucken Sie mal hier. Der Ramon hat in seinem Code auch eine klasse Node. Und wir haben uns den sozusagen gegenseitig überschrieben, weil ich aber erst diese Instanz angelegt hatte und dann seinen Code. Das ist aber ein unglücklicher Zufall. Aber gut, dass uns das aufgefallen ist. Und wenn Sie experimentieren, dass Sie jetzt nicht verwundert sind. Und das sollte man also hier etwas anders nennen. Darum auch eben meine Verwirrung. Wo ist denn gerade hier diese Datei? Darum habe ich sie ja nachgeladen. Okidoki. Das ist ein bisschen unglücklich. Aber wir werden damit klarkommen. Jetzt erspare ich uns mal, dass ich das schon wieder alles neu so aufsetze. Aber ich nehme gerade das noch wieder mit, was wir hatten. Ich habe jetzt ein iNode-Mull für Multiplikation aufgebaut. Und jetzt nehmen wir mal einen anderen iNode-Add für eine Addition. New Node plus. Und da machen wir jeweils Terminalknoten rein. Nämlich einmal eine 1. Absa. Und New Node eine 2. Was ist jetzt wieder los? Sehen Sie es, sehen Sie es, sehen Sie es. Ich sehe es gerade nicht. Node, schau, Dings, nicht geeignet. Ai, 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 ai. Jung, jung, jung. Ich bin... Ai, ai, ai. Ok. So. Das ist der andere für... Also Adds und Mull. Vielleicht sollte ich einfach mal früher ins Bett gehen, ne? So. Und jetzt wollte ich nur noch für den Adds... Da wollte ich gerade noch ein Set-Shirt machen. An die 0. So. Und da machen wir jetzt unseren New Node. Und da machen wir unsere 1 hin. Ja. Machen wir das mal so. Und wir machen an die Stelle von der Reichen 1, machen wir das hin. So. Dann sieht jetzt unser Add so aus. So. Und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich diesen Mullknoten... Da mache ich das auch. Ich set and shine. Und ich möchte nur, dass Sie das mal für sich auch klarkommen. Da machen wir jetzt unseren Add hin. Und dann machen wir auf der anderen Seite das hin. Wie sieht jetzt die Repräsentation aus von dem Mullknoten? So. Ist irgendwie logisch, ne? Wir haben links wie rechts das Gleiche gesetzt. Was jetzt in Ihrem Kopf passieren muss, dass jetzt das Bild dazu aber so aussieht, sieht das zweimal auf die gleiche Referenz. Also die verweisen über die Referenzen zweimal auf diesen gleichen Node. Und das sieht dann überraschenderweise wiederum anders aus. Jetzt müssen wir wieder, das haben wir eben gelernt, das OpenObjectInspector. Müssen wir jetzt wieder gerade laden, damit wir das machen können. NodeGeneratorInspect. Und dann nehmen wir jetzt unser Mull. Nehmen wir den wieder, Root. Und dann to Graph. Gucken wir uns an, was da passiert. Das ist jetzt die 5.3. Sehen Sie, was hier passiert? Wir haben unseren Node, Root, Mull, also dieses Mal, auf dem Array, auch gut. Diese zwei Beinchen heißt, wir haben den 0 und der 1. Und die verweisen beide mal auf den gleichen Knoten, der für ein Plus steht, der dann die 2 hat. Die zwei Elemente, nämlich nach links die 1 und nach rechts die 2. Geschnackelt, was ich Ihnen hier zeigen wollte, das ist diese Stelle hier. Das ist jetzt ein Baum, der jetzt nun einfach ausnutzt, dass eine Struktur, die auf der linken wie auf der rechten Seite ist, die gleiche Referenz nutzen kann, statt sie nochmal neu anzulegen. Das sehen Sie und an der textuellen Repräsentation eben überhaupt nicht, wie Sie hier sehen. Da können Sie das gar nicht unterscheiden, weil die textuelle Repräsentation von einem Node, der Plus heißt, und einer neuen Instanz von Node, die Plus heißt, also als Value hat. Das ist in der Repräsentation nicht zu unterscheiden. Das kriegen wir nur raus, würden wir uns jetzt jedes Mal von einem neu angelegten Node auch zum Beispiel die Referenznummer, also den Hashcode, da anzeigen lassen. Hier in dem Bild, der Ramon hat das so gemacht, dass das tatsächlich auch passiert. Er hinterfragt, also er hinterfragt, er fragt beim Objekt nach, ist das jetzt eine Node, die zwar Plus ist, mit der gleichen Instanz, mit der gleichen Erkennung, der gleichen Objektidentität? Wenn ja, dann müssen die Pfeile natürlich da drauf verweisen, so wie es auch von uns eben gemacht hat, gemacht worden ist, soll. So, das auch wieder als einen kleinen weiteren Abschnitt zu unserer Node-Klasse. So, das auch wieder als einen kleinen Abschnitt.